Für ÖVP und FPÖ könnte Weihnachten bereits in rund zwei Wochen erfolgen. Am 12. Dezember soll das neue türkisblaue Koalitionspaket fertig geschnürt sein. Die Verhandlungen zwischen ÖVP-Chef Sebastian Kurz und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache nehmen diese Woche noch einmal Fahrt auf. Die Sondierung von Kabinettsmitarbeitern läuft bereits, wie die Tageszeitung Österreich erfährt. Vor allem in der FPÖ sucht man händeringend Personal für die Ministerien. Etliche Mitarbeiter der früheren schwarz-blauen Koalition werden angesprochen. Heute tagt von 12 bis 15 Uhr im Parlament die Steuerungsgruppe mit Kurz und Strache. Bereits zum dritten Mal innerhalb von sechs Tagen. Ab sofort trifft man sich hier täglich. Die Chefverhandler bewerten die Ergebnisse der Untergruppen und räumen Stolpersteine aus. Kurz und Strache präsentieren ihr Bildungspaket. Bis Freitag sollen die Untergruppen ihre Materien fertig verhandelt haben. Praktisch fertig sind inzwischen Bildung und Sicherheit. Auch bei Umwelt, Landwirtschaft und Justiz läuft es gut. Die Finanzgruppe hat ebenso erhöhten Redebedarf wie der Bereich Verfassung und Verwaltung sowie die Gesundheit. Das lange Wochenende ab dem 8. Dezember will die Hauptgruppe durcharbeiten, um die Verhandlungen in die Zielgerade zu bringen. Noch wartet aber eine Reihe von Stolpersteinen von der Steuerreform bis zur direkten Demokratie. Am Sonntag, den 10.12. könnten Kurz und Strache ihr Koalitionsabkommen der Öffentlichkeit präsentieren. Einen Tag später wird der fertige Pakt samt Personalpaket den Parteigremien und dem Bundespräsidenten vorgelegt. Am Dienstag, den 12. Dezember, könnte das Kabinett kurz 1 von Bundespräsident Alexander Van der Bellen angelobt werden. Am 13.12. stellt sich die Regierung dann erstmals dem Parlament. Am 10.12. Untertitelung des ZDF, 2020